Ja, an mir liegt's nicht, ich bin fertig. Ja, bei mir auch. Am Ende DC-D, da wieder jemand. Nein. Boah, Mann. Ich sag doch, ich call die Line für uns, ja? Mann, ist der Bober schnell gewesen. perí, da die haben geile Helden. Nimm, nehmt, nehmt. Nimm mal unten links hin und mach deine Turtles schon mal rein. Ja, ganz entspannt. ... wenn er die Pin xiыт, noch nicht ihm, okay doch genug aber ich kann nicht scheiße kann ich blocken man diese scheiße okay wir so muss die versuchen wir versuchen es kommt kommt okay ich habe auch ein auspastung Brauchst du? Brauchst du? Nee, ne? Sollte nicht auf Kodan gehen, ja. Okay, kommt hier. Okay. Okay, ich hab Aura-Halt. Oh, nice! Puh, interessant. Ja. Ich hab jetzt auch nicht so ganz... Schau mal mal, wie lange er fun mit ihm hat. Oh, da oben dein Eko. Ja, ja, ich weiß schon. Ah, ich hab gar nicht. Müsste gerade ja aufpassen. Welcher gerade? Ja. Ah, Kanto. Ja. 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 Redlord hat fast 10. Ja. 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 See schon. Ja. Ja. Kann ich hier machen, ja? Was freut mich denn hier irgendwie? Ich kann deinen Potten bauen. Ist mir dein Potten hier? Äh, ja, warte. Oh Gott, wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Oh shit. Was machen meine Akkus denn hier? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, nichts hier zu tun. Irgendwie laufen die da weird. Oh, wer tippit denn da jetzt auf meine Akkus? Dein Potten ist wieder... Ja, danke. Pass auf deinen Akku oben links auf. Ja, ja. Ich suicide mine rein, wenn dein da oben drin ist. Jetzt, jetzt, jetzt kannst du. Okay, ich fang da mal an mit Creepen, aber nein, jetzt kommt der nicht. Doch, die kommen. Okay, ich muss das mal ein bisschen forsen. Du musst die mal holen. Du musst die mal locken. Was sind die denn da? Lass mein Model-Element kurz reinmachen. Ja, dann werden wir aber getroffen. Das ist doch wurscht. Okay, ich guck mal oben nach. Ich wusste, ja, 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 warte, warte. Oh, ich guck mal oben nach. Oh, schlafen da einfach. Wie so schlafen die da. Ich weiß nicht, du. Ich sehe, sieh, sieh auf jeden Fall jetzt oben. Ah, sehr schön. ich kann ja nicht kriegen diese scheiß grüne der macht mich hier unten irgendwie nicht hat er sich irgendwie anders vorgestellt jetzt ist das erste mal wo ich ein bisschen anfangen kann mit creepen ja 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 I'll put it on your town. Das war's Buking, kill the beast. Komm mal hoch, ich glaube wir können den fertig machen. Ich muss hier unten gerade grün irgendwie bin ich gerade aber. Okay. Das ist ein bisschen. Ich habe hier noch Kontrolle. Du hast noch Kontrolle, ja. Ich habe gerade Cooldown, ich kann nicht viel machen. Okay, dann komme ich gleich nochmal. Ja, ich komme auch gleich. Ein Durchgang noch, eine Wave. Ja, der Gelb ist ein bisschen am Schilten. Willst du hochkommen? Ja, gleich. Ich muss hier einfach kurz zurückziehen hier, ich muss mal weg. Ah, scheiße. Muss ich ja, muss ich ja, muss ich ja. Ich brauche kurz Mana, dann geht es los. Ich kann nicht tippien, ich kann nicht tippien, wieso kann ich nicht tippien? Ich habe ihn raus getan, dann bin ich drauf tippien. Okay. Ich habe den Gemma, der ist. Ja, ich brauche ihn irgendwie gegen den Brüllen. Der ist in deiner Schiste. Okay. Okay. Oh, ich habe Duell. Scheiße. Ich glaube, das werde ich verlieren, das Duell. Der mit dem Gem? Na, keine Ahnung, glaube ich nicht. Gegen wen denn? Gegen Grün. Ey, geh Suicide, mach schnell Suicide. Geh runter. Wo denn, wo denn, wo denn? Hier. Und dann tippt gehen. Ja, geht eben nicht. Ich hatte mich gestunt. Ja, toll, ne? Das ist so, oder? Ich kriegst ja die Kohle mehr. Ich meine, dass es jetzt nicht böse geworden wird. Coming, 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 coming. Haben wir eigentlich ein Int? Ne, grün. Ne, grün. Oh, was macht denn der? Holst du denn? Ja, ich hol das Int. Ja, ich hol das Int. Ja, ich hol das Int. Aber... Musste irgendwie erstmal hinkommen. Das ist gar nicht so einfach, weil der... Typ... Warum ist mein Akko tot? Toll. Ey, ich will das nicht. Ich kann das Int da nicht holen. Weil der Idiot da. Ich kann das nicht holen. Nichts. Ich weiß nicht. Was macht der denn hier allein allein? Dann sind wir gleich auf Michtypain. Warte, ich bin kurz am sterben. Ich muss kurz weg. GP direkt auf mich drauf, vielleicht? Ich GP zu Int. Ah, ja, das geht natürlich auch. Ich will die Int endlich holen. GP auf mich, schnell. Ja, 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 ja. Geh zurück, sobald ich vielleicht zuerst. Noch ich. Und dann komm schnell herunter. Ja, 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 ja. Ich... Okay, las' go. Wo bist du? Hier, komm hier hin. Dann los. GP direkt auf deinen Kopf, ja? Ja, dann mach Schluss. Sind schon da wahrscheinlich. Ja, da kommt der Grün, da kommt Grün. Was? Warte, ich hol schnell... Ich hol schnell ähm... Ja, und ich hol schnell ähm... Ja. Passt. Jango. Jango. Ist es Miss Parry gewesen oder brauchst du das? Ja, aktuell brauche ich es, aber du kriegst es sobald du es brauchst. Also sobald du es irgendwie vorwendest du kannst. Das hat aber ein Grundschaden für mich. Das ist wie ein Grundschaden für mich. Ach so, okay, ja, kriegst du, kriegst du, kriegst du. Da kann ich ein bisschen besser tanken, wenn du da war, ne? Ja, grün kommt, grün kommt, da ist grün. Warte, ich schick. Muss hier rausschicken. Wir müssen diesen Akku killen, wir müssen diesen scheiß Akku killen. Ah, ist seltsam. Oh, nice. Kann ich das haben, da kann ich ganz schön die Map creepen. Komm schnell einfach mit. Und hier, hier. Oh, gib den Schlutz. Komm schnell auf die andere Seite, gleich. Ich heil kurz hängig mal rüber. Ja. Ich geh schnell bis in den Level Call. Oh, okay, dieser Idiot. Ich gegrillt hier. Okay, komm schnell hoch zu dir. Ja, komm mal schnell auf der Level hier. Ja, komm mal schnell auf der Level hier. Guck, geh auf dir. Okay. Okay. Ist sehr schön. Okay, lass uns hier unten nicht bringen. Oh, fuck. Oh, man. Ich hab das nicht gesehen. Ich hab das nicht gesehen. Ich wollte einen Akku relocaten. Okay. Bist du Jam Hunt für Duell? Nice. Komm, lass uns schnell hier unten. Lass uns schnell hier unten holen. Hier unten, wo mein Akku ist. Alles klar. Komm. Komm. Ich brauch noch 5 Sekunden. Ich brauch noch 5 Sekunden. Ich brauch noch 5 Sekunden. Nee, da meinte ich halt nicht. Ich meinte eigentlich. Hier, guck mal, hier ist schon begonnen. Hier ist schon begonnen. Hier ist schon begonnen. Komm, 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 komm. Aber den kann ich so schlecht machen. Du brauchst einfach nur sind ersten. Zweiten und ersten Spellen. Schau, das ist so schon getan. Ja. Wir haben hier auch alles drauf gehauen. Oh, nein. Nimm, 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 nimm. Schild, nimm, nimm. Das meinte ich Sekunde, ich mach Carla. muss jetzt noch level was ich kann okay die idiote immer noch nicht auch ja ich weiß Okay, komm runter, mach mal runter. Ja, 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 komm mal. Kommst du? Ja, ja. Ja, ja, ich muss ihn dann verkaufen. Ja, dann verkaufen. Also ich muss da weg, ne? Ich muss da jetzt erstmal weg. Warum denn? Weil ich wär... Ich hab keinen TP. Was? Hat der TP denn noch nicht drauf? Ja, mach ich. Ich hab nämlich gleich, ähm... Na, scheiße, gehst du auch. Ja, eben. Oh, ich hab meinen Ort noch. Oh, wow. Weißt du, ich glaub, ich werde nicht genügen gegen ihn. Hat immer noch das Ulti auf mich draufzenden. Der Typ ist einfach auf Hammer mit Kirin Tor gegangen. Okay, ich sterbe. Ich kann nix machen. Hat kein Ulti. Ist okay. Ist okay. Hat kein Ulti. Okay, lass den gleich da wieder unten hin und lass den beenden, da. Auch wenn du nicht gewinnst, geh wieder runter. Scheiße, ey. Ja, er hat viel gebraucht. Aber Bubba macht das schon. Ja, das ist natürlich nice. Ähm. Okay, lass uns da hin, oh, oh. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ist mir alles klar. Aber geh da raus. Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich muss kurz warten, bis ich, bis ich, äh, Water Elementals habe. Nehm, oder warte mal, ich muss mir, ja, ich nehm's nicht. Ich glaube, ich mach Double Zone direkt. Mach du mal, äh, die ganzen Wacken. Ja, bin ich ja, bin ich ja, bin ich ja. Du meinst hier? Oh, Duell. Pink und Grau. Oh, die sind hier, die sind hier. Guck, 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 guck. Ich kann nicht, guck, guck, ich hab Joel, der ist tot. Hast du das gesehen? Gell gar nichts aus. Hast du das gesehen? Ich hab gesehen, wie du gestorben bist in 2019. Oh, das ist ein, der gibt's aber auch immer. Da ist ein Item, da ist ein Item, da ist ein Item. Der blockt mich. Dieser Fordgurt blockt mich. Ich geh' nicht hin. wir mal dann das peri ab später aber auch nichts gefunden zum selben ja die gehen da wieder die gehen dahin natürlich gehen ich kann aber auch nichts machen weil wir können jetzt sehen wenn du willst wollen wir dahin ja ich habe ja ich bin schon wieder halb tot mal kurz hier runter warum verschwende ich meine zeit wirklich ich verschwende einfach noch meine zeit okay wir müssen einmal unix holen was soll ich dem sollte ich dem das perry geben für doppel ring das ist wahrscheinlich besser oder und hilf dir mal hilf dir mal kannst du ihm helfen ja gib ihm gib ihm gib ihm einfach machen der gegenseit ich habe aber nichts gesehen ich habe auch nicht gesehen das ist ja genau auch mal nur ist rennt er weg ich glaube er hat einfach nichts gedacht dass da was passiert man halt dann noch so ein kill und ich gehe dann einfach raus das kotzt mich an die spiele die nerven mich einfach nur ich gebe dem mal den perry ne ja gib ihm ich habe noch nicht mal aura fertig ich will jetzt einfach hier mal kurz gepflegt kurz vor level abschutten okay ich komme aus Albuhr ab und auf abgibig Klaus für dich brauchst du also ich würde Blitge dann nimm Klaus ich hab Klaus für dich du sagst bei deiner Klaus ich bin der Einbauern da gibt es gibt es im Ziel er hat schon gehört Ich habe Stil in deinem Chest. Kannst nicht. Gut, okay. Oh, shit. Oh, shit. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Oh, fuck. Ich kann nicht mehr machen. Okay, jetzt versuche ich zu blocken. Ich versuche zu blocken. Okay, haben dich. Haben dich safe. Geil, ey. Bist safe. Komm, 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 hier. Ich möchte nur ein bisschen heilen, eigentlich. Okay, der Bobo ist ziemlich gestackt. Muss man schon mal sagen. Mhm. Okay. Oh, shit. Oh, shit. Oh, ich wollte gerade davor links. wir können es probieren ganz schnell weg hier er ist tot was soll ich machen ich hatte keine chance ich hoffe die leute darauf dp ja das ist gerne sind wir unten Akolytchen für Kee ja was soll ich aber auch machen ich habe dich gar nicht gesehen ich musste einfach nur weglaufen ich bin einfach nur weggelaufen ich bin erst mal schon in diesem ganzen anderen scheiß gedodcht den ihr auf mich geworfen hatten ich hole mir jetzt mal hammer und light up ja ich werde mir jetzt auch mal irgendwie sowas wie ein spell shield holen hol dir einfach nur ein cover ist für mich gelangt das eigentlich ich habe nicht mein geld für cover ja ich wollte ja auch dahin fahren aber die haben mich halt nicht gelassen was soll ich da machen was geil ist der turtle oder was irgendwie mehr springt ja dieser held ist mittlerweile ziemlich op ich gebe hier mal zu euch lasst mir noch was übrig warte geht er weg ja ja wir müssen da mal okay jetzt kann ich auch ein cover kaufen ich hole mir mal einen hammer komm mal runter tp auf mich du wartet nur auf mich wo wollen wir hinlaufen wollen wir hochlaufen ich muss ein bisschen zurück oh scheiße ich muss ein bisschen weg bin da weg ne ich muss noch ein bisschen weg ich bin da weg ne ich muss noch ein bisschen weg wo bist du denn ich habe ich weiß nicht ich muss da weg wirklich ich kann da nicht ja ich schon wieder sterben ja 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 das ist ja nichts auf den drauf gehauen oh ja 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 Ich hab gerade ein Tor aus Leger, legger, legger, raus! Eieieieiei, ist ja in Ordnung Ey, sehr schön War einfach nur ein nice bait Sehr wahrscheinlich Toro, oh je, er hat sogar überlebt Sehr wahrscheinlich Toro Aber ich geh da nicht ohne Decker rein, ich kann da nicht Sehr schön Jeder noch halten? PREPARE! Das ist auch wichtig Ich bringe Alicamonium Das ist sicher! Schuss! Prepare to get trashed! Oh, laggy! I'll put it on your tab! I'll put it on your tab! Now, yours! I bring up the podium! Now, yours! I bring up the podium! This will be crisp! Prepare to get trashed! I bring up the podium! Have one on the house! Where am I? Is trouble brewing? Another round? I'll give it a shot! Well? Is trouble brewing? I'll give it a shot! I'll give it a shot! Ah, it could be close with me! You have to only look at his old, the rest is... Yeah, I know! ... 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 Ich bin trotzdem nicht Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Ich hab' Ich hab' Ach, du bist Natürlich Jetzt? Ja, grüß' Jatan Ach ne, alles fit? Ja, und selbst? Ja, auch Ich hab' gestern in unseren Discord hier reingeholt Jetzt ist er auch am Start Tipp immer runter auf euch Wo? Ja, direkt runter zu uns Ach so, ja, dein Kopf Ja, immer auf meinen Kopf Aber immer Ja, das ist so ein schönes Ziel Okay, es gibt's ein schönes Ziel da Der fuhr auch so Hallo Grüß dich Ach, da haben wir die ganze deutsche Crew wohl am Schluss hier Coca, bohne Mir, mir Was? Nochmal Coca, bohne Mir, mir Oh, Duell Ja, mit einem das kriegen wir hin Ja, wir müssen aber hier helfen Wo denn? Oben Oben Müsst ihr sehen? Ja Oh, kann nix machen Ich muss halt ihm helfen Was spielt hier noch damit? Ach, du bist tot Nein, ich denke das Spiel ist in wenigen Minuten vorbei Nein, ich denke das Spiel ist in wenigen Minuten vorbei Ja, du scheinst es rausgekommen Du scheinst es rauszuschaffen Du scheinst es rauszuschaffen Du scheinst es rauszuschaffen Du bist so ein Hund geworden Und was geworden? Da wird der Helm durch Mach dich da weg Mach dich da weg Ich glaube du könntest tot sein Ja, du bist tot Und willst du deine Sprache beleidigen oder was? Scheiße Kann ja nicht viel machen Ich hab's aber auch drauf angekommen lassen Das muss man doch sein Ja, ne klar Hey, Goldstil, Goldstil Amira Was tust du da? Meinen Tod vertreiben Meinen Tod vertreiben Nice Mach mal gut mit dem Jason Bourne Was hast du denn mit dem Jason Bourne? Ja, hab ich doch schon durchgeguckt die, wo du mir doch geschickt hast Ja, was weiß ich Drei Stück? Vier Stück? Echte Stück Ja, Goldstil Dann müssen wir die Kuss Hätt ich's nett tun sollen Ich dachte, du hast sie mir geschickt Dann will ich sie gucken Wenn du, wenn du Pock hast Weil ich hab gedacht, der Arna hat ja Qualle Ja, entsprechend hab ich ja Wann okay, oder? Besser als manch anderes was ich in meinem Leben schon gesehen habe, also Du gehst mal aus, oder? Du gehst mal aus Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, go, 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 go. Ja, die gehen auf mich. Na klar, was will ich denn machen? Ich muss da halt rumspringen. Kriegerrecht, kein scheiß Purschmann. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ach, train ein bisschen. Ich bringe Angamonio, now you're invading, it will be great. Ohohohoh Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020